Achso, die Meldung, dass unsere Nahrung voll ist. Ja, und die Nacht kommt, wir haben Soldaten, wie gerade eben auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier wäre eine Wiese, wo wir Nahrung herkriegen könnten. Aber wenn wir das da kommen, wir haben das Holz da auch ran. So. Und das hier, um an die Schafe zu kommen. Wir haben einen freien Arbeiter, okay. Okay. Okay, der nächste Angriff kommt von hier. Da können wir uns ganz gut verbarrikadieren eigentlich. So, errichten wir den Archery Mage hier. Vielleicht mal zwei neue Häuser. Okay. So, ressourcenmäßig brauchen wir auch mal jetzt Sunstone. Oh, wir haben dieses Mal keine Palisade uns zurück von selber gekriegt. Wie soll ich die Holztürme erforschen? Und wie soll ich Holztürme bauen, wenn ich... Dieses Mal dich hat die Forschung bekommen. Das war eine sehr gute Frage, oder? Okay. 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 So, Sunstone nehmen wir ein. Palisade können wir dich errichten. So, jetzt brauchen wir auch eine Targverne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wölfe scheinen mich in Ruhe zu lassen. Noch. Es ist aber wirklich doof, dass ich, entweder weil ich das Forschungsmenü einfach geöffnet habe, habe ich jetzt das Tutorial verpackt. So, jetzt kommen da zwei Gandalfs und Forschen. So, ich habe noch alles im Plus einigermaßen. Ja, die Leute flüchten in ihre Häuser. Oh, der nächste Angriff kommt von hier. Es ist schon ein bisschen unpraktisch, dass wir die Türme jetzt nicht freigeschalten haben. Ich hätte wahrscheinlich wirklich nicht dieses Menü öffnen dürfen. Ah, also starten wir nochmal neu. Also starten wir nochmal. Man muss echt aufpassen in diesem Spiel, was man macht. Es ist ja auch leider immer noch... Aber developer, gut. Oh, wir könnten mal RT-Ali... äh, Dings anschalten. Key-Bindings sind, äh, nicht so durch viele. Und das ist klar. Ja gut, versuchen wir es noch einmal. Bleiben wir aber bei Castle und Big Hill. Das hier sieht auch relativ fancy aus. So, Gold haben wir direkt neben... Wir haben auch Wölfe direkt nebenan, aber die können wir ja scheinbar ignorieren. Und solange wir nicht auf ihren Platz laufen, sollte alles gut sein. Also expandieren wir erst lieber in Richtung... Ja, wir brauchen die Schafe für Nahrung. Weil ich seh' keinen fruchtbaren Boden. Oh, Pferde. Auch interessant. So, und jetzt lasse ich das Forschungsmenü, was ich scheinbar eh nicht öffnen kann, in Ruhe. Jetzt könnte ich es öffnen, aber ich lasse es weiter in den Ruhe. So, dann weise ich die mal zu. Dann richten wir jetzt hier ein Haus. Vor allem auch richtig rum. So, da kommen meine beiden weiteren Sun People. Dann die Farm richten. Dann... Dann... ...wir hier. Oh, die Gegner kommen von da übrigens. So, dann... So, dann... So, Nahrung wird damit auch produziert. Gut. Rein mit dir, Schaf. So.